Ankündigungen von AMD, Abdankung von Maaßen und auf zum Mond. Herzlich willkommen zum golem.de Wochenrückblick. Mein Name ist Marc Sauter. AMD hat in San Francisco ein Future Horizon genanntes Event abgehalten und dort seine kommenden Prozessoren und Grafikchips im 7-Nanometer-Verfahren vorgestellt. Der Chipentwickler AMD arbeitet mit dem weltweit größten auftragsfertiger TSMC für mehrere 7-Nanometer-Designs zusammen. Das erste heißt Vega 20 und ist ein Grafikchip für künstliche Intelligenz. Die GPU hat 4096 Kerne und bindet 32 GB HBM2-Videospeicher an. Sie unterstützt schnelle FP64 und INT4-Operationen. Das zweite Design nennt sich Roam und ist eine Server-CPU mit 64 Kernen. Intern besteht der Epic-Prozessor aus 8 Chiplets mit je 8 Kernen im 7-Nanometer-Verfahren und einem IO-Chiplet mit den DDR4-Speicherkontrollern im 14-Nanometer-Note. Als Architektur nutzt AMD die Zen2-Technik mit Verbesserungen bei Frontend und Backend. Vega 20 soll noch 2018 als Radeon Instinct MI60 verfügbar sein, der Roam Epic nächstes Jahr. Ein Sicherheitsforscher hat eine Zero-Day-Lücke für VirtualBox veröffentlicht. Offenbar aus Frust über Oracle und deren Umgang mit Sicherheitslücken. Ob und wann Oracle den Fehler behebt, ist unbekannt. Es gibt aber einfache Maßnahmen dagegen. Eine geplante Verschärfung des Urheberrechts in der EU hat eine Debatte in der YouTuber-Szene entfacht. Es wird befürchtet, dass sie kleinere Kanäle bedroht, da Online-Plattformen künftig unmittelbar für Verstöße ihrer Nutzer haftbar gemacht werden können. Die YouTube-Chefin warnte daher, dass künftig nur noch große Anbieter Videos veröffentlichen könnten. Mit einer veritablen Verschwörungstheorie um seine Entlassung hat Verfassungsschutzchef Maaßen die Sympathien der Regierung verspielt. Ein Whistleblower brachte eine pikante Rede ans Licht. Hans-Georg Maaßen ist seit Freitag nicht mehr Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Hintergrund des abrupten Karriereendes ist eine Rede im Zusammenhang mit ausländerfeindlichen Angriffen in Chemnitz. Darin hatte Maaßen unter anderem von linksradikalen Kräften in der SPD gesprochen, die die Regierungskoalition beenden wollten. Bundesinnenminister Seehofer musste deshalb auf die eigentlich geplante Weiterbeschäftigung Maaßens in seinem Ministerium verzichten. Maaßen hatte die Rede im Intranet des Verfassungsschutzes veröffentlicht. Ein Mitarbeiter schickte das Manuskript dann an die Geheimdienstkontrolleure des Bundestages. Verhält sich Antimaterie auch unter Schwerkraft-Anti? Das sollen zwei neue Experimente des Europäischen Kernforschungszentrums CERN zeigen. Die dortigen Wissenschaftler erhoffen sich Aufschluss darüber, warum Antimaterie und Materie im Universum ungleich verteilt ist. Kein Shopper, sondern eher ein sportliches Bike ist LifeWire, das erste Elektromotorrad der US-Kultmarke Harley-Davidson. Eine Studie wurde schon 2014 vorgestellt. Auf der Motorradmesse in Mailand hat Harley das Serienreifemodell präsentiert, das 2019 auf den Markt kommen soll. Technische Details sowie den Preis hat Harley-Davidson noch nicht verraten. Aufbruch zum Mond ist am Donnerstag in den deutschen Kinos erschienen. Wir haben uns den Film angeschaut. Hollywood-Romantiker Damien Chazelle möchte sich mit Aufbruch zum Mond der Person Neil Armstrong annähern, fördert dabei aber kaum Spannendes zutage. Es ist weniger Hauptdarsteller Ryan Gosling anzulasten als dem Drehbuch, das der Film dort Längen hat, wo er sich um Armstrongs Privatleben dreht. Wir hätten uns mehr Technik gewünscht. Atemberaubend in Szene gesetzt sind dagegen Testflüge und schließlich grandios die Mondlandung. Die nicht nur Raumfahrt-Nerds im Kino, bestenfalls auf einer riesigen IMAX-Leinwand, erlebt haben sollten. Auf seiner Entwicklerkonferenz STC hat Samsung nicht das lange erwartete faltbare Smartphone vorgestellt. Stattdessen präsentierte der südkoreanische Hersteller nur das Display. Bei abgeschaltetem Bühnenlicht. Verdammt, Munition ist alle. Solche Momente erleben wir beim Test von Battlefield 5 immer wieder. In den meisten Multiplayer-Modi sind wir darauf angewiesen, Nachschub von einem Kameraden zu bekommen. Uns gefällt die Ausrichtung auf Squads aus bis zu vier Teilnehmern. Und auch sonst macht das Actionspiel mit seinen abwechslungsreichen und erstklassig gestalteten Umgebungen richtig viel Spaß. Das war's vom golem.de-Wochenrückblick. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.